...zentrum abgefackelt und sie werden es wieder tun. Es ist zu gefährlich für... Also schicken wir das große Gerät. Kein Problem, Commander. Trotz der Waldbrände gibt es dort AIM-Truppen. Natürlich, AIM sind seine Sicherheitskräfte egal. Aber sie sorgen sich um ihre Agents. Krieger sind nicht austauschbar. Puh, das ist aber viel Feuer. AIM war gründlich. Ich habe in Muspelheim Feuerbestien bekämpft. Wir bekämpfen nicht, was bereits brennt. Ich weiß, es war nur eine Erinnerung. Mich stört, dass AIM Gebäude bauen kann, die Orbitalschlägen widerstehen. Ja, die machen keine halben Sachen. Rein und wieder raus, so schnell wie möglich. In Ordnung. Das wäre eine gute Taktik für künftige Schlachten. Das wäre alles gut. Und das wäre berусosh geworden. Ich war FAT. solicit1 at AIM-Truppen. Ich schief das mit 9 % zu haben. Manierra f luxurious. Ich schief... Vielen Dank. 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 Nur ein Raster! Der Stürmer! Überraschung! Nicht alle auf einmal! Rücken Sie zum Datenzentrum vor! Ist bekannt, ob Aane weiß, dass wir hier sind? Noch nicht. Das Glück scheint auf unserer Seite zu sein. Berühmte letzte Worte. Ich bin überrascht, dass ich bei Aane nichts von Monikas Lister erfahren habe. Aber sie hat sie vielleicht erst ihren Wegen angelegt. Das macht mich glatt ein bisschen stolz. Und noch ein Schurke-Weliger! Zu einfach, halt langweilig! Achtung! Schaltet sie aus! Wir sind im Vorteil! Einer! Fangen! Einer! 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 Okay. Wir haben das Gerät mitgebracht. Schalten wir sie aus. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Das ist es! Okay, ich komme mit der Liga! Tja, 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 Tja! Der Große ist zu Boden gegangen. Bei der Arbeit wird nicht geschlafen. Zeit für das schwere Gerät! Cap wurde ausgeschaltet! Ich könnte es dir nicht gleich machen! Einer ist gefallen! Ich habe einen erwischt! Noch einer! Gut! Okay, das Datenzentrum ist nicht mehr weit. Wir holen Ihre Liste. Diese Liste. Gefährdet Sie jemanden, wenn wir sie haben? Wir werden damit potenzielle Überläufer aufspüren. Wir schützen jeden, den wir kontaktieren, bis wir ihn von Elm wegholen. Nicht wahr, Commander? Versprechen gegenüber einem Gott bricht man nicht. Wie haben Sie bisher potenzielle Verbündete bei AIM gefunden? Mundpropaganda. Flurfunk. Ich weiß nur bei einem davon, was es bedeutet. Theirien... ja... Bild... Ha... an! Geh! Geh! Und jetzt wieder. Das war die Kruleösung! Ja! Ich bin der. Sie müssen seine Energiekerne ausschalten. Los! Zeit am Boden! Schlaft euch aus! Duft dich! Duft dich! Duft dich! Duft dich! Ich bin nach wie vor eine Waffe. Und die steht vor euch. Das war einer. Das war's. Wir haben es bald geschafft. Das musste so kommen. Durch dich! Noah, eine Fleischwunde! Das war's. 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 Das war's.